Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Smash Bros. Ultimate mit Patrick und mit Fabian, seltener Gast nach Dead by Daylight, hat man den ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Wir spielen mit Bayonetta, Wiederspiegel, Duelle, Gewinner sucht aus. Viel Spaß. War so klar, Fabian so eine weißhaarige, alte Schabracke nennt. Ist halt das Jean-Outfit. Ja, Fabian hat übrigens Soundprobleme, er sitzt gerade im Vietnam in einer Blechhütte. Richtig, weil hier mein Onkel wohnt, der hat da sein Fier-Ein-Haut. Ja. Also, die Blechhütte. So, schon mal ein kleiner Spoiler, ich plane übrigens wieder Dead by Daylight folgen. Aber nicht auf einer Daily Base. Boah, du miese Ratte, ey. Du kleiner. Was war das denn bitte gerade? Ich hab' einfach selber versenkt. Hä? Was? Ja klar, kannst dich nicht mal retten hier, ey. Papiss dich. Okay, fun fact. Wie heißt Bayonetta mit richtigen Namen? Claudia. Wow. Ah, ich hab's gerade nicht im Kopf. Nein, ich muss ja weg. Boah, die rettet sich ja wohl extrem beschießend. Ja, das ist mir vorhin auch zu verhängnis geworden. Boah, wie machst du die Faust? Oh, das ist einfach ne Smash-Attacke. Smash-Attacke? Ich hab' wieder total vergessen, wie das gehen soll, ey. So lange kannst du nicht mehr gespielt. Bitte stirb' alle. Nein, ich bin wahrscheinlich tot. Ja doch, ich wollte über 100% das Ding stell' herbei. Okay, meh, ja. Der, äh, Steven hat übrigens über die Folge kaputt gelacht, äh, Patrick, wo wir gespielt haben, mit Yoshi, wo ich dann gesagt habe, hör auf zu taunten! Das hat ihn wohl zerstört. Nein! Ich hab' gehofft, ich bin fein raus, ey. Du musst, äh, Button maschen, aber der macht die Atacke mehr schaden. Ja, richtig. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Achso, ich bin tot. Du, ich hab' dich erwischt. Wenn du über 100% dabei bist, dann stirbst du sofort, ohne rauszufliegen. Ja? Ja. Keine Ahnung. Das gleiche hat Joker's, äh, Final Smash auch. Joker's Final Smash ist auf wenigstens cool. Ja, ist halt richtig geil. Ja, du bist aber auch, äh, ein neuzeitlicher Person-Affern. Eeeer gut. Du bist noch gehypt. Ich freu' mich auf die ganzen neuen Person-Affern. Ach, ich bin das gar nicht. Das war Patrick die ganze Zeit gegen dich. Alter! Und ich hau' die ganze Zeit auf Patrick. Äh, ich denk' die ganze Zeit, ich wär' Patrick. Ja, Fabian kommt da grad runter. Ja, Fabian kommt da grad runter. Ja. 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 Töt' ihn, Töt' ihn, Töt' ihn, Töt' ihn hart, Alter. Ja, gib' ihn. Schade. Ja! Ja, komm, der hat noch. Der hat noch. What? Laggy. Alles wegen, Fabian. Ja, ist so. Ups. Doch nicht mir! Das war genau der letzte Kick, Alter. Oh Mann, das ist so armselig grad' gewesen. Naja, das... Das Game hat... Naja... Der letzte Hit, der gemacht werden konnte. Du weißt nicht mal aus, Dödl, ey. Ich wollt' dich nicht treffen. Alter, ich bin doch ausgewichen. Komm, der kann nix, der kann nix. Oh, die Lex. Ja, das ist Fabian Stoltz. Ja. Alter. Lolololololol. Ende, 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 Ende. Äh. Sieger! Bayonetta! Natürlich gewinnt Bayonetta. Das Schöne ist, es gibt 600 Münzen. Das ist einfach so wunderbar. Du hast da mit? Ja, jetzt darf Fabian einen Charakter aussuchen. Äh, wen nehmen wir denn? Ja, mein Ohr, Alter. Du alte Blechtrommel, ey. Wie machen wir das mit Echo-Charakteren? Sollen wir dann einfach beide nehmen können, oder bleiben wir bei einem? Ich hab' die alle separiert. Also wenn, dann nehmen wir einen Charakter, Punkt. Ja, vielleicht hab' die auch separiert. Ähm. Steven nicht. Ich hab' dann keine Übersicht sagt er. Oh, sowas in der Art. Wir sind zwar direkt nebeneinander, aber gut. Ähm. Pichu. Pichu. Oh, fick dich. Pichu. 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 Ich hab Pikachu. Ja, Patrick, ich hoffe du hast Pichu nicht. Nein, hab' ich nicht. Ich bin zweimal in den Tod gesprungen, weil ich dachte ich will Patrick. Ich bin einmal an der Plattform vorbei mit meiner Down-Air. Ja. Ja, ich bin zweimal von unten gegen die Plattform gesprungen. Das ist auch lustig. Das ist auch lustig. Das ist dumm. Ja, ich sag ja. Unglück. Komm, jetzt such dir was aus, Mensch. Ah, dann nehmen wir Doktor Mario. Oh, Doktor Mario hab' ich nicht. Ne, ganz ehrlich. Äh. Doktor Mario? Wo ist denn der? Wo ist der, wenn der den inspiriert? Unter Kirby. Unter Kirby. Oh, wow. Da. Danke. Ich nehme den schwarzen Doktor Mario. Pichu. 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 Doktor Mario ist eh besser als Mario. Pichu. Oh ja. Er haut da einfach stärker rein. Jeder ist besser als Mario. Pichu. Nein. Wow, Patrick ist aus dem Discord-Channel geflogen. Hat mir grad per WhatsApp geschrieben, zieh mich wieder rein. So Patrick, Doktor Mario. Doktor Mario. Ja. Doktor Mario. Das ist belastend. Hast du das Bild gesehen, Fabian? Ja, hab ich gesehen. Deswegen hab ich auch Doktor Mario genommen, weil er der Erste war, der mir irgendwie ein oder bespuckt. Der kommt dann. So. Ich hab den Gynäkologen Mario. Schling aus der... Guten Tag, Madam. Darf ich bitte... Darf ich bitte unsere Scheide sehen? Und abtasten. Und abtasten. Oh Mann, das gibt so viele D-Abos jetzt. Ich lass solche Witze, die sind ja nicht mehr ernst gemeint. Wohoa! Wohoa! Hier, nimm mal ein paar Pillen, ey. Weißt du, warum Doktor Marios Schläge nicht wirken? Das ist Homöopathie. Das ist ein feinliche Öle. Oh, guck mal. Ein Flobuli. Ach so, wo ist Doktor Mario? Die haben ja jetzt wieder so ein Mobile-Game rausgebracht. Ja, ja. Ja, Doktor Mario. Ey, ich spiele übrigens kein Fire Emblem mehr, ne? Hast du das schon mal erwähnt? Nachdem ich da knapp 1000 Euro reingesetzt hab. Ne, oder? Doch. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Au. Aber, Digga, was ist Geld? Was ist Geld? Vergänglich. Kommt wieder. Ich lebe's nur einmal. Ich lebe's nur einmal. Man hat nie genug. Biam! Biam! Ich war so lucky hinten gerade. Mein Kontostand, sie ist am Fächsern zu weinen. Ja, ja. Dein Kontostand interessiert mich nicht. Der ist so Minus. Was? Wieso ist denn dein Kontostand im Minus? Natürlich nicht. Boah, Krazaden, Alter. Boah, hab das bei nem Halsabschneider. Der bezahlt doch ganz gut. Oh, ja. Du... Da wirst von beiden Seiten gebankt, Alter. Und was mir auffällt bei dir, Patrick, ist, du wirst auch während des Spielens immer leiser, wenn du redest. Weil du total konzentriert bist. Ja, normal. Was? Wut? Wo! Tu, 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 tu! Geht doch mal weg mit eurem Müll, ey! Wuckemania! Warum lag das denn auf einmal heute? Hier, schmeiß die Fabeln raus! Ja. Ist so. Strike 1! Das ist ein 16K-Leitungstyp. Alter! Boah! Ah, schöne Zeitlupe. Nö. Ah scheiße, ich wollte doch greifen. Genau das wollte ich machen. Ach doch, nicht ins Gesicht, Mann. Wohin denn sonst? Mein Gesicht ist mein fucking Kapital. Das ist ne Pillen-Schleuder hier, ey. Vorhin war es grad auch noch aktiv bei uns. Ja, ich weiß, bin ja untergefallen. Jetzt hätte man ihm gleichzeitig bamsen können damit. Ey, ich dachte wir bamsen ihn jetzt. Also keine Verbindung hier, ne? So, raus mit dir. Keine Verbindung hier. Ups. Hier, nimm meine Pille, du Sau. Ich bin ein bisschen sauer, dass das so funktioniert hat gerade bei dir. Ey, Fabius, hab gehört, du bist schwanger. Hier, nimm die Pille danach. Reu dich, Alter. Boah, oah. Standbille ist Todes. Ja gut, das bin ich aber nicht schuld. Auch wenn ich der Host bin, da kann ich nichts für. Hallo, Fabian. Das ist nicht nett von dir. Das kann dich nicht greenlighten. So. Ich hab die ganze Zeit geführt, ne? Deswegen diese Ein-Kack-Attacke vom... Nein! Sehr gut. Ich hab Angst. Ja, ja, ja. Bei den Standbildern. Standbild-Action! Ich glaub, das nenne ich dann auch die Folge. Ich muss gleich mal gucken. Vielleicht kann ich irgendwie was verbessern, ja? Jo. Boah, Alter, was ist'n das für... Fabian, bitte mit dem Handy aus dem WLAN raus. Sehr gut. Sehr gut. Hallo? Ich war auf deiner Seite, Fabian. Bitte macht nicht diese. Fabian, nein! Ja, ich will mich bewegen! Ich sag jetzt nicht, dass ich springen will oder so, aber... Ich will springen! Alter. Was ist denn los? Ihr Anti-Baby-Pille, nimm. Nimm. Was ist denn los? Was ist denn los? Habt ihr mich denn gerade von 16 auf 84% hochgebracht? Das ist mir so egal. Nein! Marc, das ist dein Sieg. Nein, Mann! So nah werde ich heute nicht mehr an den Charakter-Wahl kommen. Doch, doch, jetzt! Sehr schön! Nein! Nein! Nutz die Standbilder! Der Problem ist, er hat den Vorteil, das sind ja seine, nicht meine. Bei ihm läuft's auch nicht flüssig. Da kontert der mir in die Fresse, ey! Oh, Mann! Hast du meinen Kick gesehen? Ja! Blöder! Pikachu! Picka, Picka! Ich muss gleich irgendwie die Fülle aufmachen. Der hat quasi nur dich rausgeworfen. Ja, ne? Oh! Wann hab ich denn jetzt getötet alles? Wow! Nur mich! Viermal den pinken, einmal den blauen. Ja, Fabian! Such mal aus, ne? Ja! In der Vorbesprechung mit Patrick so, ey, wir werden wahrscheinlich keinen einzigen Charakter aussuchen dürfen heute! Ähm! Ähm! Donkey Kong! Oh Gott! Genau deswegen! Wir haben ein Pinky Kong nämlich hier! Ich nehm den grünen! Ich nehm den Lavendel-Korn! Lavendel-Korn! Das ist... Lavendel-Korn! Das ist Cappuccino! Das ist kein Braun! Oh! Oh! Schrecklich, ey! Oh! Geil! Ich hab schon irgendwie eine Vorbereitung im Standbild! Ich hab keine Ahnung wie man mit Donkey Kong spielt, wir uns schon mal erwähnt haben! Haben wir schon in der Folge mit mir gesehen! Ja! Ich kann eh noch mit zwei Charakteren spielen, dann war's das auch schon! Ja, genau! Und auf die werde ich auch warten, dass die nicht kommen! Ja, nein! Du weißt ja gar nicht wer die sind! Äh! Lucina und Cloud! Nein! Das ist gar nicht wahr! Und Lucina kann ich gar nicht! Und Cloud sowieso nicht! Möchtest du voll gerne mal mit Yoshi oder Babywater spielen? Äh, Bowser Jr. meine ich! Ich weiß nicht, ob der deine Folge verfolgt! Ich guck meine Folge nicht! Der hat uns sogar deabonniert, der Fenner! Ey! Was? Deswegen hab ich den ja auch deabonniert! Scheiß, ich hab den Fleisch hingeworfen! Ich wollt grad sagen, der Fabian ist hinter dir! Aber mach ich jetzt! Ja, dankeschön! Nein, meiner ist dadurch voll und sterbe direkt so ein Scheiß! Äh, ich verlass das! Was soll das? Warum unterbrichst du mich, wenn ich den werfen will? Nein! Pfuh! Nun! Nein! Ah, kann ich mit Schlagbein nichts vorbereiten! Was auf Angst! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Warum?! Du standst da grad so kurz! Ja! Du auch! Weg! Ich weiß gar nicht, wie man das macht, Alter! Greifen! Ja, eins der Greifen schon, aber... Das weiß ich! Das weiß ich! Aber dieses... Hoch... Heben dabei! In dieser Fiebel, Alter! Freu dich, Alter! Komm mal! Hallo! Du hast mir grad... Feineres Leben gerettet, aber ich war so dumm, um zu reagieren! Warum hast du mich nicht einfach Patrick töten lassen? Das war lustig! Hallo, Fabian! Lass mich doch einfach... So, Patrick, ich geh jetzt Fabian töten! Ist mir egal! Geht weg! Ach, ich bin froh, dass es keine Standbilder mehr sind hier! Na toll! Ja! Ich glaub... Es war schön mit euch, Leute! Ich muss auf Toilette! Hey, komisch! Marc, ich denke, dass einmal so keine Standbilder mehr, ne? Halt's Maul! Ist das gerade wirklich so? Ich bin doch noch da! Ich hoste die ganze Kacke doch! Ja, aber... Oh meinst du, Nintendo lässt für einen Online-Service bezahlen und macht dedizierte Server? Das ist doch nicht Microsoft! Microsoft sind die einzigen mit vernünftigen Servern, ja! Ja! Die Phase, die saunter ist da, also noch eine Aufnahme an durch den Loll Jetzt geh endlich raus, du hast eh keine Chance Sogar das hat grad geleckt Ja 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 Donkey Kong hat gewonnen Wer hätte das vorher gewinnen? Ja, ich geh jetzt, ich muss erstmal die Folge beenden Weiß ja nicht, wie schnell Patrick dirbt Aproposolge beenden Das war's für diese Folge Super Smash Bros. Ultimate mit Fabian Und genau, Patrick heißt er Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein Lasst gerne ein Like da, ein Abo würde mich auch freuen Folgt mir auf Twitter, Twitter-Text steht in der Videobeschreibung Bis zum nächsten Mal, tschüss